Hallo, schön, dass ihr euch für die Adidas Adizero Windstopper Gore Laufjacke interessiert. Sie hält dich bei sämtlichen sportlichen Aktivitäten und unabhängig von den Wetterbedingungen immer warm und geschützt. Die Windstopper-Membran sorgt dafür, dass der kalte und heftige Wind nicht so nah an dich rankommt und das Softstellmaterial hält dich angenehm warm. Trotzdem ist die Jacke extrem atmungsaktiv, sodass du nicht durch Überhitzung oder Feuchtigkeitsstau beim Laufen behindert werden kannst. Dazu wurden ganz leichte und extrem elastische Fasern verwendet, sodass die Jacke extrem gut sitzt und sich richtig schön anfühlt. Der hohe Stehkragen schützt dich zusätzlich am Hals und du kannst sie natürlich auch unterschiedlich einstellen und dich nochmal belüften. Natürlich befindet sich in dieser Jacke auch eine kleine Tasche, sodass du deinen Haustürschlüssel oder auch einen iPod problemlos mit dir führen kannst. Da es in Deutschland ja leider auch öfter mal regnet, ist es sehr praktisch, dass die Jacke auch wasserabweisend ist. Mich überzeugt die Adidas Adiziro Gore Windstopper Laufjacke, weil sie hochfunktionell, aber trotzdem nicht steif oder unbeweglich ist. Und natürlich kannst du sie auch mit den anderen schicken Textilien aus den Adidas-Kollektionen kombinieren. Du kannst dir diese schöne Adidas-Laufjacke in deiner Runners Point Filiale genauer angucken oder gleich online bestellen unter www.runnerspoint.com. KING